Sehr cool, vielen, vielen Dank. Okay, es geht los. 1000 Atem, viel Spaß. Achso, ich hab euch gar nicht verraten, wann ihr das machen sollt. Ihr hört ja, wenn ich da, da, da mache und dann steigt ihr mit ein, okay? Wollen wir das so machen? Cool. Wir haben lange geredet und nichts dabei gesagt. Wir waren viel zu sehr damit beschäftigt, so zu tun, als ob nichts war. Du meintest, ey, du hast dich verändert und ich dachte, du auch. Und ob ich mich mal melde, bei Zeiten bei dir im Kongo nach Haus. Es gibt 1000 Atem, bitte komm her. Es gibt 1000 Atem, ich vermisst, du wärst jetzt bei mir. Willst du heute noch raus, bitte schreib mir, wenn du da bist, bis du mir schreibst, bleib ich wach. Du meintest, du meintest, du meintest, dass du bloß auf dich aufpasst und ich sagte, na klar. Und ganz egal, wann ich dich anrufe, du bist, du bist für mich da. Es gibt 1000 Atem, es gibt 1000 Atem, ich vermisst, du wärst jetzt bei mir. Okay, jetzt braucht ihr eure Hilfe. Es gibt 1000 Atem, ich brauch dich zu sagen. Bitte komm her. Es gibt 1000 Atem, ich vermisst, dich zu sagen. Ich wünschte, du wärst jetzt bei mir. Es gibt 1000 Atem, ich vermisst, dich zu sagen. Bitte komm her. Bitte komm her. Es gibt 1000 Atem, ich vermisst, dich zu sagen. Ich wünschte, du wärst jetzt bei mir. Es gibt 1000 Atem, ich vermisst, dich zu sagen. Ich wünschte, du wärst jetzt bei mir. Ich wünschte, du wärst jetzt bei mir. Das ist wie die Brücke mit einem L hinten dran. Ich habe auch Visitenkarten gemacht. Jetzt muss mich beeilen, die Zeit läuft. Das ist meine Visitenkarte, die sind heute fertig geworden. Da hinten drauf ist ein QR-Code. Den könnt ihr einscannen mit dem Handy. Und die ersten 100 Downloads von dieser Nummer, die ihr gerade gehört habt, stehen bei Soundcloud zur Verfügung. Also kommt gerne auf mich zu. Ich würde mich mega freuen. Ich habe so ein paar Karten dabei. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs Zuhören. Es gibt 1000 Atem, ich brauch dich zu sagen. Bitte komm her. Es gibt 1000 Atem, ich vermisse...